Musik Herzlich willkommen, liebe Märchenfreunde aus Greichtal und von weiter her. Heute beenden wir unseren Märchenkreis, den wir bereits letztes Jahr begonnen haben. Und wie ihr vielleicht schon seht, befinde ich mich hier an einem sehr geschichtsträchtigen Brunnen. Das ist der Plasiusbrunnen. Wer kennt ihn nicht? Und wie viele Geheimnisse mögen hier auf seinem Grund begraben sein. Vielleicht genauso viele wie in dem See, der zwischen Oberöwesheim und Odenheim liegt. Still und verschwiegen und geheimnisvoll liegt er da. So als könnte er kein Wässerchen trüben. Und doch hat er es faustdick hinter den Ohren. Und heute wird eines dieser Geheimnisse gelüftet. Martin Rausch, ihr kennt ihn alle, den bekannten Märchenerzähler. Er wird uns eines dieser Geheimnisse verraten. Und nun hört gut zu und staunt, was er uns zu berichten hat. Also, heute darf ich euch wirklich an einem mystischen Ort begrüßen. Hier in Oberöse. In Oberöse, da gibt es ganz viele Geschichten, die kann ich euch heute alle gar nicht erzählen. Ich habe gehört, 1635 soll da der evangelische Pfarrer und der katholische Pfarrer sich geprügelt haben. Unter euch hat der andere erschossen zum Schluss. Aber solche Geschichten erzählen wir heute auch gar nicht mehr. Ich will eigentlich die Geschichte oder eine Geschichte um den Pfannwaldsee erzählen. Der Pfannwaldsee, das ist wirklich ein faszinierender Ort. Und tatsächlich soll es den gar nicht so lange geben. Aber, also, vielleicht hat den jemand daher gezaubert. Eigentlich hätten sie den in den 70er Jahren angelegt. In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber man kann das alles gar nicht glauben. Der See liegt da, wie wenn er schon immer da liegen würde. Und deswegen erzähle ich euch jetzt eine Geschichte, die eigentlich in Wales, im Englischen, in Britannien sich zugetragen hat. Aber die genauso gut die Hanna an dem mystischen See stattfindet. Vor hunderten von Jahren soll es gewesen sein, da hat in den schwarzen Bergen von Wales und nicht weit von dem See-Linn-Ifernfach eine arme Witwe gelebt. Mit ihrem einzigsten Sohn, Gwynn genannt, der Helle. Der hat all den Tag ihre paar armselige Kühe an den See geführt, damit sie da ein bisschen weiter können. Und an einem schönen Abend, da sieht er auf einmal ein wunderhübsches Mädchen an dem See sitzen, die sich ihre Haare gestrahlt hat. Oh, der Gwynn, der war sofort in sie verliebt und er hat überhaupt kein Wort rausgebracht und vor lauter Datterich, da hat er seine Vespann angehofen. Äh, Gerstenbrot und ein Stückchen Schafskäse. Das Mädchen, das hat gelacht und hat gemeint, ach du, mit deinem trockenen Brot, dich will ich nicht. Und dann ist sie in dem Wasser verschwunden, ohne dass sich die Oberfläche gekräuselt hat. Der Gwynn, der hat gedenkt, dass das wahrscheinlich ein Andersweltliche ist, aber das hat seiner Liebe keinen Abbruch gedau. Und er ist heimgegangen und hat die ganze Sache seiner Mutter erzählt. Selle, die hat gewusst, dass die Andersweltlichen nicht sich so ernähren wie die Sterblichen. Und hat gemeint, hm, wenn sie kein trockenes Brot will, dann kein gebackenes Brot. Dann bringen er doch ein gebackenes mit. Am nächsten Morgen ist der Gwynn schon ganz früh unterwegs gewesen, es war noch finster. Eigentlich war es noch Nacht. Und als er an den See gekommen ist, da war nichts. Er wartet und wartet, aber das Mädchen hat sich nicht blicken gelast. Endlich, gegen Mittag, da hat sich die Wasseroberfläche gekräuselt. Da war sie wieder. Die war noch schöner wie am letzten Mal. Er hat wieder kein Wort rausgebracht, ist bloß da gestanden und hat sich angeguckt. Und endlich, da hat er sich getraut und ist mit seinem ungebackenen Brot zurer nachgegangen. Selle, die hat wieder gelacht und hat bloß gemeint, ach du, mit deinem feuchten Brot, dich will ich nicht. Und dann ist sie wieder in dem See verschwunden. Daheim erzählt er seiner Mutter wieder von der Geschichte und Selle meint, Gebackenes Brot mag sie nicht, ungebackenes Brot mag sie nicht, dann nehmen wir er doch ein halbgebackenes mit. Am nächsten Morgen, da ist der Gwynn wieder ganz früh losgezogen, die Sternle sind noch am Himmel gestanden. Und als er an den See kommt, da war die Oberfläche ganz glatt und von dem Mädchen keine Spur weit und breit. Er hat gewartet und gewartet, es hat angefangen zu regnen, es hat wieder aufgekehrt. Es ist Mittag geworden, das Mädchen ist nicht beigekommen. Erst gegen Abend, als der Mond schon am Himmel gestanden ist, da war sie wieder. Die war noch schöner, wie beim letzten Mal. Und beinahe hat er wieder vergessen, warum das er gekommen ist, aber endlich, da fasst er sich ihr Herz und ist mit dem halbgebackenen Brot auf sie zugegangen und hat sie gefragt, ob sie seine Frau werden will. Selle, die lächelt dann an und sagt, ja, aber ich muss erst meinen Vater fragen. Und dann ist sie wieder in dem See abgetaucht, ohne dass es Welle geschlagen hätte oder Luftblase aufgestiegen wäre. Der Gwynn, der steht eine ganze Weile in dem Ufer und guckt rein und wartet und wartet. Der Mond ist dann hell am Abendhimmel gestanden. Auf einmal, da ist ein weißbärdiger Kreis aus dem Wasser aufgetaucht. Ein Wassermann, sein Bart, der war voller grüner Algen und sein Haar auch. Und hinter ihm, da steigen zwei Mädchen aus dem Wasser, die sich bis aufs Haar geglichen haben. Das war, wie wenn sich die geliebte Nell Färch verdoppelt hätte. Der Alte ist auf der Gwynn zugegangen und hat gemeint, du willst eine meiner Töchter zur Frau nehmen. Ich bin einverstanden, wenn du mir sagen kannst, welches das das ist, die du so liebst. Verzweifelt hat Gwynn die Mädchen angeguckt, die eine glichtere andere wie eine andere. Da hat er gesehen, wie die eine ihren Fuß vorstellt und erkennt sie da dran, wie ihre Sandalen geschnürt waren. Da geht er mit festem Schritt auf sie zu und hat sie bei der Hand genommen. Da meint der Wassermann, du hast die Richtige gewählt. Du darfst sie heiraten, aber bloß unter einer anderen Bedingung. Du darfst sie niemals grundlos schlagen oder tatlen. Eher will ich mir meine Hand abhacken, hat der Gwynn gerufen. Aller gut, meint der Wassermann. Dann will ich euch als Mitgift so viele Tiere, Schafe, Ziege, Kühe und Pferde geben, wie Nell Färchen eurem Atemzug aufsagen kann. Das Mädchen, das hat einen langen Atem gehabt und die zwei, die haben in der Nähe von der Mitfee einen großen Hof betrieben. Sie sind glücklich miteinander gewesen und sie haben drei Söhne gekriegt, einer schöner wie der andere. So ist die Zeit vergangen und irgendwann, da sind sie zu einer Taufe eingeladen worden. Wie sie aber auf dem halben Weg zu der Taufe waren, da ist die Frau immer langsamer war. Er war ein Elfferch, wollte gar nicht mehr laufen und der Mann hat gesagt, komm, beeil dich. Aber sie wollte gar nicht mehr, dann hat er gesagt, komm, ich hole das Pferd. Und obwohl er heimgegangen ist und das Pferd geholt hat und sie drauf gesetzt hat, da wollte sie unbedingt nicht mehr mitnehmen. Und da hat er einen leichten Stoß gegeben. Da hat sie zu ihm gesagt, das war das erste Mal. Denk an dein Versprechen. Die Zeit vergeht und sie waren zu ihrer Hochzeit eingeladen. Und als sie auf der Hochzeit waren, da haben alle Gäste, die haben gelacht, haben getanzt, haben getrunken und waren fröhlich. Aber eine Elfferch, die ist immer trauriger geworden und auf einmal, da hat sie anfangen, bitterlich zu weinen. Da gibt der Queen einen harten Klaps und sagt, was ist denn los mit dir? Benehm dich doch. Da war das Mädchen traurig und meint zu ihm, das war schon der zweite Schlag. Denk an dein Versprechen. Nach ein paar Jahren, da waren sie auf einer Beerdigung. Und mittel in dieser Trauerfeier, da hat Nelfferch auf einmal angefangen, schallend zu lachen. Da hat er der Queen einen harten Schlag gegeben. Aber er hat es schon bereut. Aber es war zu spät. Nelfferch ist aufgestanden, ist heim in den Hof gelaufen, hat alle Tiere zusammengerufen. Und alle Tiere sind nach ihnen nachgefolgt, an den See und haben sich mit ihnen ins Wasser gestirbt. Selbst das kleine schwarze Kalb, das schon beim Metzger am Hakenkanken ist, ist runtergesprungen und ist ihnen nachgegangen. Und auch die vier Ochsen, die mit dem schweren Pflug auf dem Feld unterwegs waren, die haben eine tiefe Furche bis an den See gezogen, die kann man heim noch sehen. Gwyn, der Helle, der konnte ohne Seifra nicht leben und aus lauter Verzweiflung, da hat er sich in die kalte Flute gestürzt. Die drei Söhne, die sind noch Tage lang am Ufer unterwegs gewesen und wenn verzweifelt nach ihrer Mutter gesucht, da ist sie denn noch einmal erschienen. Und hat gemeint, ihr, die ihr so viel Leid ertragen müsst habt, ihr sollt jetzt das Leid der anderen Menschen lindern. Und sie hat sie mitgenommen ins Gebirge, in ein Tal, wo ganz viele Medizinpflanzen und Heilpflanzen wachsen. Und sie zeigt ihnen die Heilpflanze und all ihre Wirkung und erweist sie da drin. So sind die drei zu den berühmtesten Ärzten von Wales worden und ihr Ruf, der ist bis zu uns ins Badische getrunken. Ihr müsst wissen, die Elfen, die können nicht so leben wie die normalen Menschen. Die fürchten sich vor dem Weihwasser, deswegen können sie nicht mit zur Taufe gehen. Wenn in der Elfenwelt jemand Tannenzapfen oder Kohle geschenkt kriegt, dann wäre die in unserer Welt zu Gold oder Edelsteu. Und andersrum wäre sie wieder zu Tannenzapfen. Also in der dortigen Welt, da ist das Vorwärtsgehen, Rückwärtsgehen und das Rückwärtsgehen, Vorwärtsgehen. So könnte also Nell Ferch auf der Hochzeit nicht fröhlich sein. Da muss sie weinen und auf der Beerdigung muss sie lachen. Heute geht es jetzt von dahin aus nach Neuenbürg oder Neiberg, wie man dahin sagt. Und obwohl Neuenberg so klein ist, da drehen sich da ganz viele Geschichten um diesen Ort und sind da drin passiert. Dass die im Krieg mal alle evakuiert worden sind, das ist eine sonderbare Geschichte, aber die erzähle ich euch heute nicht. Obwohl, wo die wieder daheim waren, da haben die sogar Freilichtspiele dort abgehalten, die Neuenberger. Ja, unglaublich. So ein kleiner Ort und so ein paar Leute, aber die haben was auf die Füße gestellt. Oder die Geschichte mit dem bucklichen Amt Männle. Das soll damals von einem Grenzsteuer erschlagen worden sein und heute noch in der Gegend rumspucken. Die Leute haben sich gefürchtet und sogar eine Frau hat einen Kreuz aufgestellt, damit es endlich wieder Ruhe gibt. Aber der Norbert Begle, der nimmt euch jetzt noch mit in die St. Lukaskirch. Das war einmal ein Schloss und das ist eigentlich der Schlossturm, nein, Quatsch, der Kirchturm. Der ist eigentlich noch von dem Schloss oder von der Burg, die wo damals gestanden ist. Aber das müsst ihr euch alle selber angucken und der Norbert erzählt euch jetzt einmal eine Geschichte dazu. Wenn ihr vom Hafen herkommend den Wall hinauf steigt, so könnt ihr auf der linken Seite noch die Reste eines alten Palastes erkennen. Hier lebte einst ein Edelmann des Königs, Don Ephisio mit Namen. Der war sehr reich und hatte viele Schiffe. Zu Hause aber, da hatte er eine Frau, die war schöner als der Mond und zarter als ein Spinnengewebe. Eines Tages nun, es herrschte gerade ein heftiger Wind, ging die Frau Marietta mit Namen hinunter zum Hafen. Sie war guter Hoffnung und erwartete voll Sehnsucht ihr erstes Kind. Auf einmal, da wurde der Sturm immer stärker und gewaltige Wassermassen trieben zum Hafen hin und plötzlich, da schlug eine Welle so gewaltig gegen die Mauer, dass das Wasser über die Mauer spritzte und die arme Marietta völlig durchnässt wurde. Zugleich aber sah sie, dass der Sturm ein Stück Holz oder so etwas Ähnliches vor ihre Füße getrieben hatte. Und als sie es aufhob, da bemerkte sie, dass es ein Bild der heiligen Jungfrau Maria war, dass der Sturm wohl aus einer Bildquelle herausgerissen und das Wasser vor ihre Füße geschwemmt hatte. Sie hob es auf, wischte es sorgfältig trocken und trug es nach Hause. Bald darauf bekam sie ein kleines Mädchen. Das war so hübsch und so zart, wie es die Welt selten gesehen hatte. Dann Ephesio und seine Frau freuten sich sehr, hüteten es wie ihren Augapfel und gaben ihm den Namen Marie-Flur. Doch in dem Maße, wie das Mädchen heranwuchs und von Tag zu Tag schöner wurde, in dem Maße erkrankte seine Mutter mehr und mehr. Geduldig ertrug sie alle ihre Leiden und Schmerzen und versuchte sie vor ihrem Mann und vor ihrer Tochter geheim zu halten. Aber sie wurde immer bleicher und schwächer und kein Arzt konnte ihr helfen. Eines Tages nun, als wieder einmal ein heftiger Sturm durch die Gassen der Stadt tobte, rief Marietta ihre Tochter zu sich und sprach. Mein liebes Kind, es ist dann der Zeit, dass ich eine weite Reise antrete, zu der ich dich leider nicht mitnehmen kann. Aber dein Vater wird bei dir bleiben. Und wenn auch er einmal verreisen muss, so lasse ich dir dieses Bild hier. Es ist das Kostbarste, das ich besitze. Bewahre es gut auf. Und wenn du einmal in Not kommst, so wende dich vertrauensvoll an die Jungfrau Maria. Sie wird dir helfen. Dann schloss sie die Augen für immer. Don Ephesio und Marie-Flor lebten lange Zeit in großer Trauer. Endlich kam es dem Edelmann in den Sinn, dass es für seine Tochter doch wohl gut sei, wenn sie wieder eine Mutter habe und Geschwister zum Spielen. Und so heiratete er eine Witwe, die schon einen Sohn und eine Tochter hatte. Die neue Gattin war zunächst recht freundlich gegenüber Marie-Flor. Und der Edelmann glaubte schon, eine gute Wahl getroffen zu haben. Da kam der Befehl des Königs. Und er musste sich einschiffen und mit dem König an einem Kriegszug teilnehmen. Voller Trauer nahm er Abschied von seiner Tochter und versprach, bald wiederzukommen. Kaum aber war der Gatte aus dem Haus. Da begann die Stiefmutter ihr wahres Gesicht zu zeigen. Sie zankte mit dem Mädchen, wo immer sie nur konnte, pufte und schlug sie. Und selbst die Stiefgeschwister lebten ihr zu Leide. Marie-Flor aber ertrug alles in großer Geduld. Auch wenn sie bald eher wie ein Dienstmädchen, denn als Mädchen des Hauses gehalten wurde. Doch abends erholte sie das Bild der Jungfrau und wurde ganz ruhig und friedlich. Und hoffte auf eine baldige Rückkehr ihres Vaters. Doch nach einigen Monaten, da kam die Nachricht, dass der Edelmann in fernen Landen gefallen sei. Nun betrachtete sich die Stiefmutter Vollens als Herrin des Hauses. Das arme Mädchen musste sein schönes Zimmer verlassen und unter der Treppe nachnächtigen. Zu essen bekam es nur, was die Stiefgeschwister ihr übrig ließen. Und bald konnte sie sich der vielen Bosheiten ihrer Widersacher nicht widersetzen. Jeden Abend aber, wenn alle schon schlafen gegangen waren, da holte sie wieder das Bild hervor. Und je mehr sie es betrachtete, desto mehr glaubte sie in ihm, das Antlitz ihrer Mutter wiederzuerkennen. Die Stiefmutter aber wäre das Mädchen am liebsten ganz losgeworden. Denn solange das Kind lebte, da konnte sie noch nicht schalten und walten mit dem Erbe, das der Stiefvater ihr hinterlassen hatte. Und so überlegte sie, wie sie das Kind loswerden könnte. Nun lebte etwas außerhalb der Stadt eine Hexe, von der die Leute behaupteten, sie sei eine Menschenfresserin. Niemand wagte sich zu ihr hinaus. Und wenn sie in die Stadt kam, um auf dem Markt einzukaufen, da schlossen die Mütter ihre Kinder in den Häusern ein, weil sie Angst hatten, die Hexe würde sie entführen und auffressen. Eines Tages nun, als die Stiefmutter hörte, dass die Hexe in der Stadt sei, da schickte sie auch Mariflo in die Stadt, um auf dem Markt einzukaufen und hoffte, sie würde nicht wiederkommen. Doch das Mädchen kehrte unbeschadet wieder zurück. Und so oft sie es auch versuchte, immer wieder kehrte Mariflo unbeschadet zurück. Eines Tages nun sprach sie zu dem Mädchen. Du bist nun schon groß und es wird Zeit, dass du etwas lernst. Ich habe mit der Frau auf dem Markt gesprochen, die du schon kennengelernt hast. Sie ist bereit, dich etwas zu lehren. Pack deine Sachen und geh zu ihr. Und komm mir ja nicht wieder, bevor du nicht nähen, sticken und stricken kannst. Was blieb Mariflo anderes übrig, als ihre Sachen in einen Korb zu packen und sich auf den Weg zur Hexe zu machen. Doch wie erschrak sie, als sie vor dem Haus der Hexe stand. Da stand über dem Eingang in einer Nische ein Totenkopf. Der grinste sie hämisch an und klapperte mit dem Gebiss und rief, Wer die Mager nicht ehrt, ist die Fette nicht wert. Halt deinen Mund, kam es da aus dem Haus und lass das Mädchen herein. Da öffnete sich die Tür und Mariflo ging zitternd hinein. Die Hexe saß gerade am Kamin und verspeiste ein großes Stück Menschenfleisch. Was willst du hier? fragte sie. Man schickt mich, damit du mich nähen, sticken und stricken lirst. Es wäre mir lieber gewesen, wenn deine Stiefmutter deine Geschwister geschickt hätte. Aber da du nun einmal da bist, so magst du bleiben. Aber du musst wissen, du musst auch für mich arbeiten, wenn du etwas lernen willst. Mariflo beteuerte, dass sie arbeiten gewohnt sei. Und so zeigte die Hexe ihr die Kammer, wo sie schlafen konnte. Am nächsten Morgen kam die Hexe zu ihr und sagte, ich gehe jetzt fort. Bis ich zum Abend wiederkomme, halte das Haus sauber und koche mir zum Abend ein Abendessen. Und wenn du fertig bist, dann geh in den Garten und gieße ihn so, dass alles grünt und blüht. Mariflo machte sich also an die Arbeit. Sie putzte das Haus, richtete das Essen. Doch als sie in den Garten ging, da fiel sie vor Schreck fast um, denn alles war steinig und trocken, kein einzig grünes Gräslein war zu sehen. Wie sollte sie da in wenigen Stunden alles zum Grünen und Blühen bringen? In ihrer Not ging sie in die Kammer, holte das Bild hervor und sprach. Heilige Mutter Maria, hilf, ich bin verloren, was soll ich tun? Das Bild aber sprach, fürchte dich nicht. Ich werde dir helfen, hab keine Angst, tu nur, was ich dir sage. Zuerst nimm deine Schürze und bedecke damit den Kopf des Totenschädels. Dann geh in die Küche und richte das Abendessen weiter und wenn du fertig bist, nimm die Schürze wieder an dich. Doch sage der Hexe nichts davon. Das Übrige lass nur mich machen. Marie-Flau tat, wie sie geheißen. Sie bedeckte den Totenschädel mit ihrer Schürze, da verging jenem das Grinsen. Dann ging sie in die Küche, bereitete das Essen und holte ihre Schürze wieder zurück. Doch als sie in den Garten trat, da glaubte sie zu träumen. Sie meinte ihren Augen nicht glauben zu können, denn alles grünte und blühte. Da wuchsen Blumen, Beeren, Gemüse, alles in den schönsten Farben. Bald darauf kam auch die Hexe zurück und eilte sogleich in den Garten. Und als sie all dieses Gemüse und Beeren und die Trauben sah, da brachte sie verstaunend kein Wort hervor. Bei sich aber dachte sie, dieses Mädchen, das ist eine größere Zauberin, als ich es bin. Es wäre schade, sie aufzufressen. Laut aber sagte sie, komm, wir gehen schnell hinein und fangen an zu essen, denn bei den herrlichen Trauben und den Beeren, die da wachsen, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Nachdem sie gegessen hatten, schickte die Hexe Macheflor in ihr Zimmer. Dann eilte sie hinaus zu dem Totenkopf, holte ihn herunter und sprach, sag mir, wie hat dieses Mädchen es fertiggebracht aus dem Garten, in dem auch noch nie ein grünes Helmchen gewachsen ist, dass es jetzt nun grünt und blüht und selbst die Trauben so herrlich Früchte tragen. Ich habe nichts gesehen, sagte der Totenkopf. Sie hat ihre Schürze über mich gezogen, sodass sie nichts sehen konnte. Ach, du Dummkopf, rief die Hexe erschrocken und wütend. Ich frage mich, warum ich dich unter dem Galgen ausgegraben habe. Nächstes Mal passt du besser auf. Und wütend ging sie in ihr Haus und konnte die ganze Nacht vor lauter Ärger kein Auge zutun. Am nächsten Morgen aber sprach sie zu Macheflor, nun liegt es an mir, dich etwas zu lehren. Setze dich neben mich und pass gut auf und ich will dir zeigen, wie du wie sieben Schneider nähen kannst. Marieflor setzte sich neben die Hexe und gab gut Acht und am Abend, da konnte sie so schnell und gut nähen wie die Hexe selbst. Am nächsten Morgen aber sprach die Hexe zu ihr, nun musst du mir wieder dienen. Putze das Haus, dass ich kein Stäubchen finde. Richte mir das Essen, dann geh auf den Speicher. Dort liegen mehrere Zentner Getreide durcheinander. Ordne die Körner nach ihrer Art. Dann ging sie davon. Marieflor machte sich an die Arbeit. Sie putzte das Haus und bereitete das Essen. Doch wenn sie an ihre Aufgabe auf dem Speicher dachte, da wurde er ganz schlecht dabei und sie wusste nicht, wie sie es anstellen sollte. Und so ging sie wieder in ihre Kammer, holte das Bild hervor und sprach, Heilige Jungfrau Maria, hilf, ich bin sonst verloren, was soll ich tun? Und die Jungfrau Maria sprach, da du keine Mutter mehr hast, so will ich für dich sorgen wie eine Mutter. Tu nur, was ich dir sage. Nimm deine Schürze wieder und binde sie fest über den Totenkopf. Dann geh in die Küche und bereite das Essen. Und wenn du fertig bist, nimmst du die Schürze wieder an dich. Das Übrige lass nur mich tun. Marieflor tat, wie die Jungfrau Maria ihr gesagt hat. Und als sie fertig war und die Hexe zu gewohnter Zeit zurückkam, da gingen sie gemeinsam hinauf zum Speicher und die Hexe traute ihren Augen nicht, denn da lagen alle Körner genau nach den einzelnen Arten sortiert. Sie war aber sehr neugierig und wollte wissen, wie Marieflor dies angestellt hatte und so sagte sie, das hast du gut gemacht. Doch sage mir, wie hast du das nur angestellt? Wer viel redet, der irrt auch viel, sagte Marieflor nur. Ja, ich weiß, das ist ein altes Sprichwort, aber ich bekomme schon noch heraus, wie du das gemacht hast. Nach dem Abendessen schickte sie Marieflor noch früher als sonst in ihre Kammer, eilte hinaus zum Totenkopf, holte ihn herunter und sagte, nun, hast du heute besser aufgepasst als gestern? Ich konnte nicht sehen, sagte der Totenkopf, sie hat ihre Schürze so fest über mich gezogen, dass ich sie nicht abschütteln konnte. Ach, du Dummkopf, du taugst auch zu gar nichts, du bekommst heute auch kein Blut zum Trinken. Und wütend ging sie wieder zurück in ihr Haus. Am nächsten Morgen sprach sie zu Marieflor, nun bin ich wieder an der Reihe, dich etwas zu lehren. Setze dich neben mich und gib fein Acht. Ich lehre dich das Sticken, dass du schöner und schneller sticken kannst als am Hof des Königs. Marieflor gab fein Acht und am Abend da konnte sie noch schöner sticken als am Hof des Königs. Am nächsten Morgen da sprach die Hexe, mir ist heute Morgen mein Kopftuch ins Wasser gefallen und noch ganz nass, aber draußen scheint die Sonne so heiß, ich kann ohne Tuch nicht hinaus. Leih mir deine Schürze. Und nun pass gut auf, was du zu tun hast. Putze das Haus, dass ich kein Stäubchen finde und bereite mir ein Essen. Ich habe heute Lust auf gebratene Hühnchen. Hier sind zwei rohe Eier. Schau zu, wie du daraus zwei gebratene Hühnchen bekommst. So sprach die Hexe und ging davon. Marieflor aber machte sich wieder an die Arbeit. Sie putzte das Haus, doch als sie an die zwei Eier und Hühnchen dachte, da war sie wieder völlig ratlos. Und in ihrer Not ging sie wieder in ihre Kammer, holte das Bild hervor und sprach, heilige Mutter Maria, hilf mir, was soll ich tun? Und die Jungfrau Maria sprach, fürchte dich nicht, tu nur, was ich dir sage. Zieh deinen Rock aus. Hänge ihn in der Küche innen ans Küchenfenster. Dann nimm den Korb mit dem Bild und trage ihn in die Küche. Marieflor tat, wie sie geheißen. Trug den Korb mit der Jungfrau Maria im Bild in die Küche. Die stieg aus dem Bild heraus und kochte selbst das Abendessen. Und als alles fertig war, stieg sie wieder in das Bild und Marieflor trug sie zurück in ihre Kammer. An diesem Abend kam die Hexe noch früher als sonst nach Hause und eilte sogleich in die Küche. Tja, und da stand auf dem Tisch ein Teller mit zwei so herrlich gebratenen Hühnchen, dass ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Und als sie gegessen hatten, da sagte sie, ich habe noch nie solch herrliche Hühnchen gegessen. Sag mir doch, wie hast du das angestellt? Wer viel redet, der irrt auch viel, sagte Marieflor. Ach, du immer mit deinen Sprüchen, aber ich bekomme es schon noch heraus. Und sie schickte sie wieder in ihre Kammer, ging hinaus zum Totenkopf und sagte, na, hast du heute hoffentlich besser aufgepasst? Wie hat das Mädchen das angestellt? Tut mir leid, sagte der Totenkopf, ich konnte nichts sehen, sie hat das Küchenfenster mit ihrem Ruck verhängt. Ach, du Dummkopf, rief die Hexe, du bist auch zu nichts zu taugen und sie packte ihn und warf ihn in die Abfallgrube. Am nächsten Morgen sprach sie zu Marieflor, nun ist es wieder an mir, dich etwas zu lehren, setze dich neben mich und pass gut auf und ich zeige dir, wie man strickt schöner als die Königin. und Marieflor gab gut Acht und am Abend, da konnte sie genauso gut stricken und sticken und nähen wie am Hof des Königs. Am nächsten Morgen aber machte es die Hexe besonders schlau. In aller Frühe schlich sie in das Zimmer von Marieflor, holte ihre Kleider heraus und warf sie ins Wasser. Und als Marieflor aufstehen wollte, da sagte sie, ich habe deine Kleider genommen, sie waren schmutzig, ich werde sie heute Abend waschen. Bis dahin kannst du ja auch ohne die Kleider im Haus putzen und mein Essen richten. Hier hast du noch einmal zwei Eier. Heute Abend möchte ich zwei gebratene Hähnchen haben. Dann ging sie fort. Marieflor dachte, sie ginge fort, aber in Wirklichkeit da versteckte sie sich im Garten und wartete, was geschehen würde. Marieflor aber machte sich wieder an die Arbeit. Sie putzte das Haus, doch mit den zwei Eiern und dem Hühnchen wusste sie wieder nicht und so ging sie in ihre Kammer, holte das Bild hervor und sprach, heilige Mutter Maria, hilf mir noch einmal. Die Jungfrau Maria sprach, du hast nur nichts mehr, womit du das Fenster abdunkeln kannst, aber hab keine Angst, ich selbst werde dafür sorgen, dass niemand etwas sieht. Trage mich nur im Korb in die Küche. Marieflor tat, wie sie geheißen und als die Hexe sah, wie sie mit dem Korb in die Küche ging, da lachte sie für sich und dachte, jetzt bekomme ich heraus, wie sie das anstellt und schlich sich vorsichtig zum Küchenfenster. Doch wie sie hineinschaute, da waren ihre Augen plötzlich wie blind und wenn sie wegschaute, da konnte sie wieder alles klar sehen, schaute sie wieder zurück, dann war wieder alles blind und vernebelt. Ich werde es aber trotzdem herausbekommen, sprach die Hexe zu sich und versteckte sich wieder hinter dem Busch. Am Abend aber tat sie, als käme sie von einer weiten Reise zurück und rief, hier mein Kind, schau, was ich dir mitgebracht habe, Garn aus Gold und feinster Seide und Wolle so schön wie nur Wolle sein kann, hol schnell deinen Korb, damit wir alles hineinlegen und es nicht schmutzig wird. Ihr könnt euch vorstellen, wie Mare Flur sich da freute, als sie hörte, dass das Ganze ihr gehören sollte. Sie eilte in ihre Kammer, holte den Korb und tat alles hinein. Da sagte die Hexe, und jetzt, hier, ich habe Durst, hol mir noch aus dem Brunnen einen Krug mit Wasser. Mare Flur nahm den Krug und eilte zum Brunnen. Unterdessen aber fing die Hexe an, in dem Korb zu wühlen und zu suchen, was da drin war, doch als sie das Bild berührte, da sagte dieses, rühr mich nicht an und lass das Mädchen in Ruhe. Da erschrak die Hexe und 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 sie immer noch und sagte, hier, nimm deinen Korb mit allem und geh nach Hause. Wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, ich hätte dich nie und nimmer bei mir gelassen. Mareflor das will ich sehen. Und sie brachte einen Stoff und sagte, aus diesem Stoff machst du mir sieben Hemden bis heute Abend und wehe, sie sind nicht fertig. Mareflor aber setzte sich hin und nähte so, wie sie es bei der Hexe gelernt hatte. und am Abend da waren sieben Hemden genäht. Nun wollte es das Schicksal, dass gerade an jenem Tag ein Kaufmann in dem Hause weilte. Den hatte die Stiefmutter selbst bestellt, weil sie hoffte, er würde ihre Tochter heiraten. Und als der die herrlichen Hemden sah, da war er ganz außer sich und sagte, ich bin schon weit herum gekommen, doch solch herrliche Ware habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Die Stiefmutter aber meinte nur, es wäre Blunder, doch um ihm einen Gefallen zu tun, da verkaufte sie ihm das Ganze für wenig Geld. Am nächsten Tag fuhr er wieder weiter in die Hauptstadt, um dem König seine Waren vorzulegen. Der König und die Königin besahen sich alles, doch nichts wollte ihnen zurecht gefallen. Und erst zum Schluss da holte er die sieben Händen hervor. Die Königin, die war ganz außer sich vor Staunen und rief, also solch herrliche Ware habe ich noch nie gesehen, warum hast du uns das nicht schon früher gezeigt? Es ist nicht so leicht, an solche Ware zu kommen. sagte der Kaufmann. In meiner Stadt, da lebt ein Mädchen. Das ist nicht nur schön wie der Mond, sondern kann nähen wie sieben Schneider und sticken und stricken wie keine zweite. Königin sagte die Königin, wäre das nicht eine Frau für unseren Sohn. Nun, wenn sie so hübsch und auch so brav ist wie ihre Kunst, dann wollen wir sie doch augenblicklich zu unserer Schwiegertochter machen. Und er ließ sogleich das schnellste Schiff richten und fuhr in die Stadt des Kaufmanns. Nun, ihr könnt euch vorstellen, was für Augen die Stiefmutter machte, als plötzlich der König zur Tür hereinkam. Sie grüßte ihn und er sagte, wo ist das Mädchen, das nähen kann wie sieben Schneider? Majestät, sagte die Frau, die ist so hässlich und so schmutzig, die kann ich euch nicht zeigen. Ich will sie aber sehen. Was blieb ihr da anders übrig, als Mariflor zu rufen? Bist du die Näherin? fragte der König. Ja. Willst du meinen Sohn heiraten? Gern. So komm gleich mit? So gleich ich will nur noch eben meinen Korb holen. Kaum aber waren Mariflor und der König aus dem Haus, da rief die Alte zu ihren Kindern. Was? Ihr seid noch da? Packt eure Sachen und geht zur Hexe, damit auch ihr lernt Nähen, Stiegen und Stricken. Also machten sie sich auf den Weg zur Hexe. Doch ohne zu fragen oder anzuklopfen stürmten sie in das Haus. Was wollt ihr? fragte die Hexe. Wir wollen auch Nähen, Sticken und Stricken lernen wie Mariflor. Zeigt mir erst euren Korb. Das geht dich gar nichts an, sagte der Junge. Doch da hatte sie ihn schon an sich genommen und durchwühlt. Und als sie kein Bild darin fand, so schickte sie die Beide in die Kammer. Am nächsten Morgen sprach sie, bis ich wiederkomme heute Abend, putzt mir das Haus und kocht mir das Essen. Hier sind zwei Eier, ich möchte gebratene Hähnchen haben. Dann ging sie davon. Die Alte ist verrückt geworden, sagte der Junge. Ich mache mir doch wegen ihr nicht die Hände schmutzig. Ich auch nicht, sagte das Mädchen. Und so gingen sie hinaus in den Garten, aßen von den Beeren, was sie nicht aßen, das warfen sie auf den Boden und zertrampelten es. Gegen Abend gingen sie in die Küche und aßen die Eier. Als die Hexe zurückkam und den verwüsteten Garten sah, da war sie vor Wut ganz außer sich und wollte in die Küche. Doch der Bengel hatte ein Seil gespannt und sie stolperte und stürzte und fiel auf den Boden und brach sich noch einen Zahn aus. Wo ist mein Abendessen? rief sie wütend. Das haben wir selbst gegessen. So, dafür werde ich jetzt euch essen. Und sie verspeiste beide auf der Stelle. Inzwischen aber war der König mit der kleinen Mariflor wieder in seinem Palast angelangt. Hier ist die Näherin, die Stickerin und Strickerin, sagte er zu seiner Frau. Die Königin war sehr angetan von Mariflor. Ja, und der Prinz, der verliebte sich natürlich sogleich in sie. Und nach sieben Tagen, da wurde eine Hochzeit gefeiert, so prächtig, wie sie noch nie in diesem Land gefeiert worden war. Auch die böse Alte wollte dazu kommen. Sie bestieg ein Schiff, doch es kam ein Sturm auf. Sie stürzte über Dick und ertrank im Wasser. Das junge Paar aber lebte noch lange Zeit glücklich und zufrieden. Zwei Märchen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Und doch spiegeln sie die ganze Facette unseres Lebens wieder. Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg, Liebe und Hass. Und wir hoffen, dass wir mit diesen Märchen euch nicht nur eine kleine Freude gemacht haben, sondern dass ihr auch damit vielleicht ein klein bisschen etwas von der Lebensweisheit, die doch Welt, weil wir schon am Ende unseres Märchenkreises angelangt sind. Für die kann ich nur Folgendes sagen. Fast frischen Mut, spätestens nächstes Jahr zum Weltgeschichtentag im März, da ist es auf Schloss Roxheim wieder, es war einmal. Mal.